hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute für die nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Castle Castle so ich werde das Spiel mal starten voll mit drei machen letztes Mal hatte ich meinen Account nicht gefunden ich habe es nochmal nachgeschaut ich finde nicht mehr der ist weg jetzt habe ich den jetzigen Account verbunden mit Facebook naja egal und da sind wir schon und dann geht es mal los hier ah mit Facebook verbunden ja ärgerlich ärgerlich sind das nur zwei noch sind so lustlos dann schauen wir mal auf der Karte Tor Tor Suppi Und was kriegen wir? Einen neuen Bewohner Nochmal drehen Habe ich den Bewohner nicht bekommen? Achso, ich habe schon zu viele Leute Na egal Gut Da kann ich noch nicht Gut, gut, gut Dann greifen wir mal die an So, ok Warum ist ja keine Musik? Warum ist die Musik immer wieder aus? Ich verstehe das nicht Schau, ob wir ihn besser ausrüsten können Nein Krieger Nein Schau Ist ja magier Nein, das ist dann eben nicht noch komme ich mit ihr weiter ok nach dem Kampf muss ich glaube ich 10.000 Gold haben ok das war es bis hierhin kämpfe ich mit ihr gekämpft und ich musste einmal kämpfen ah nee doch nicht das reicht okay jetzt müsste etwas besseres dabei sein Gesundheit er muss 8 sein er ist bei mir 4 kann auch nicht dran kann auch nicht dran so I missed so I missed ok jetzt wird geändert jetzt kommt der als Krieger 5 das ist gut und Kriegerüstung Baugenschütze Baugenschütze Tank Baugenschütze Gesundheit und Schaden voll Schaden ist für den anderen ich glaube für den DD Schaden ist besser auch da ist besser da okay 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 easy easy oh so 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 5 7 7 5 6 6 7 8 8 8 9 10 9 10 10 11 10 11 10 10 11 12 12 14 15 15 Hmm, ich weiß es nicht mehr. Ah, warte mal, das ging doch auf dem beim Thronensaal, hier ging das doch. Gut, haben wir das auch schon mal. Ähm, Kaserne verbessern, 10 Minuten gratis, oh, das ist gut. Ah. Ähm, nö, nö, nö. Untertitelung. BR 2018 Müssen wir die hier auch noch mal aufwerten. Krieger. Welches Level hat er? Achtet er schon voll? Ah, der kann auch nicht so gut kämpfen. 5.000 wäre das Nächste. Okay, dann machen wir noch mal einen Kampf mit. Darin müssen wir auch noch bekämpfen. Okay. Dann machen wir schnell das erste Kapitel noch fertig. Ich glaube dann sind auch schon die 10 Minuten vorbei. Okay. 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 Und der Boss vom ersten Kapitel. Und down ist er. Perfekt. Jetzt kann ich noch schnell einmal das eine bauen, was ich bauen muss, wollte, muss, wollte, Oh, warte mal noch 20 Sekunden. Den Zeitraum können wir das alles hier fertig machen. So, die ist jetzt wieder alleine in der Küche. Okay. 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 Und das ist aber doof. Es sind 2, es sind 2, es sind 2, 2, 4, 4. So, die kriegt jetzt die Sachen von der Küche. Okay. Eine Küchenrolle. Nummer 1. Und dann den hier. Der ist schlechter. Gut. Und das war es auch schon für die Küche. Und die da oben kriegen jetzt sie von der Schatzkammer. Der 2 und 2. Das ist egal. Oh, geht nicht. Das geht. Was hat der für Schatzkammer? 3. Der ist doch besser. Kommt der 2 erstmal weg. Ah, sowas. Einmal anklicken und dann alles drehen. Gut. Entfernen. Entfernen. Verbinden. Entfernen. Einbauen. Schatzkammer. Entfernen. Einbauen. Schatzkammer. Warte mal. Das war den. Da. Und die packen wir da hin. Mhm. Okay. Nutzen. Schließen. Schließen. Level 2. Verbessern. 400. Ah. Neue Bewohner gekriegt. Ist ja nett. Ist ja nett. Neue Bewohner gekriegt. Ah. Und das ganze Geld wieder weg. Mist. Okay. Aber wir haben jetzt. Die Küche zusammengebaut. Magier. Oh, Magier Sachen kriegen wir jetzt. Da. Küche. Fertig. Da ist der. Der Thorsten. Supi. Ach, der ist schon auf 8 gewesen. 2. 3. 2. Schauen wir mal was da drin ist. Das ist der 3er. Okay. Ein Ring. Oh. Muss ich den geben. Der macht am meisten Geld. Deswegen kriegt der alles. Das wird unsere neue Bogen schützen. Krieger. Krieger. Bogen Schütze. Das wird die Magierin. Bogen Schütze. Okay. Bogen Schütze. Da. Jetzt bist du fertig. Und jetzt kommt nochmal der Krieger. Kann ich tragen. Das kann ich tragen. Das kann ich tragen. Ist besser. Magie Schaden. Magie Schaden. Gut. Dann würde ich mal sagen. Das war es für heute. PvP geht noch nicht. Obwohl ich habe die erste Runde. Kann man da jetzt nicht schauen? Nee. Arena geht auch noch nicht. Abblende 5 erst. Gut. Dann sage ich mal. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal links vorbei seid. Ich hole noch schnell mein Ticket ab. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.